Hallo liebe Leute, wir sind Clemens und Peter, wir sind die Geschäftsführer vom DigiHub Düsseldorf-Rheinland und wir kommen heute mit einer ganz spannenden neuen Initiative auf euch zu. Unterstützt werden wir dabei vom Startplatz und von PirateX, aber spannende Frage, worum geht es überhaupt? Ja, es geht um eine Umfrage zur Situation und zu den Herausforderungen speziell von reiferen, von etwas weiterentwickelten Startups. Warum ist das ein Thema für uns? Wir unterstützen seit Jahren junge Startups, quasi von der Idee bis zum Markteintritt. Viele Startups sind jetzt im Markt und haben ganz neue Herausforderungen, internationalisieren, wachsen und wir wollen wissen, wo drückt der Schuh, was können wir für diese Startups tun? Sucht ihr Venture Capital? Fehlt euch Know-how für Wachstum und Internationalisierung? Fehlen euch die Talente? Klemmt es bei der Weiterentwicklung und Skalierung eures Produkts? Mangelt es an Kunden? Ihr befindet euch im Spagat zwischen Strategie und Operations? Wenn wir nach der Umfrage wissen, was genau eure größten Herausforderungen sind und eure speziellen Bedürfnisse, dann werden wir ein neues Programm für euch auflegen, Ignition Scale-Up. Wir werden die Ergebnisse in einer Pressekonferenz präsentieren und diskutieren und dann geht es im nächsten Jahr mit dem neuen Programm los. Aber das ist noch nicht alles. Ja, one more thing und es sind sogar zwei. Jedes teilnehmende Scale-Up bekommt ein Profil in der Studie und das wird mit veröffentlicht und wir bringen euch auch in schwierigen Zeiten zusammen. Wir veranstalten ein exklusives Networking-Dinner, damit wir alle endlich mal wieder miteinander reden können. Das Ganze ist selbstverständlich Corona-konform und wenn ihr uns unterstützt, Karma-Punkte gibt es noch obendrein. Danke im Voraus fürs Teilnehmen und bis bald. Das Ganze ist noch nicht alles.